Jo und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen sehr kurzen F.L.I.V.E. Universe Video. Heute zeige ich euch, was es für ein Event gibt am Wochenende und zwar ein Gruppen-XP-Boost-Event oder auch Party-Boost-Event. Die gesamte Party bekommt 30% mehr XP, aber damit sind nicht die Spieler in der Party gemeinsam, sondern wirklich die Party, also die Party-XP ist um 30% erhöht, also es geht schneller eine Party auf der Höhe 10 zu ziehen, es geht schneller eine Party auf der Höhe 40 zu ziehen, aber die Leute in der Party kriegen die gleiche XP wie ohne Event und das war's. Das war das Wochenende-Event, also nicht so spannend, aber es gibt noch eine spannende Info, die auf jeden Fall wichtig ist, die ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben will. Danke an Atom, der das Ganze gescreenshottet hat und zwar hat jemand gefragt, ob der Battle Pass automatisch resettet oder ob man eine gewisse Downtime hat, bis die neue Battle Pass Season beginnt und die Antwort war von einem Dev höchstpersönlich sogar, dass eine Woche Zeit sein wird, bevor der nächste Battle Pass startet, das heißt, das wurde jetzt quasi am Donnerstag gepostet, also irgendwann nächste Woche, vermutlich am Donnerstag, weil das immer der Patchday ist, kommt dann der neue Battle Pass. Also nur eine Woche warten, dann kommt direkt der neue und man kann wieder Geld ausgeben. Kappa. Genau. Aber das waren wir für die Infos, also Party XP Event bis Sonntag, Battle Pass, eine Woche Wartezeit, Update, keine Ahnung, gibt keine Infos und das waren die News vom Donnerstag. Und das war's auch schon, danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, würde mich sehr gerne ein Like, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Flives Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.